Die Dringlichkeit und das Fast Thinking Im Fernsehen zeitigt die Einschaltquote eine ganz besondere Wirkung. Sie setzt sich in Zeitdruck um. Die Konkurrenz zwischen den Zeitungen und dem Fernsehen, zwischen den einzelnen Fernsehsendern, nimmt die Form eines Wettlaufs um den Scoop an, darum der Erste zu sein. Alain Akado zeigt in einem Buch, in dem er eine Reihe von Interviews mit Journalisten veröffentlichte, wie Fernsehjournalisten dazu gebracht werden, von einer Überschwemmung zu berichten, weil die Konkurrenz von einer Überschwemmung berichtet hat und möglichst etwas darüber zu bringen, was der andere nicht gebracht hat. Kurzum, es gibt Themen, die den Zuschauern aufgedrängt werden, weil sie sich den Produzenten der Sendungen aufdrängen. Und sie drängen sich ihnen auf, weil die Konkurrenzsituation sie ihnen aufdrängt, in der sie sich gegenüber anderen Produzenten von Sendungen befinden. Diese Art wechselseitiger Pression bringt eine ganze Reihe von Konsequenzen hervor, die sich in Entscheidungen für oder gegen Themen niederschlagen. Zu Beginn sagte ich, dass das Fernsehen die Artikulation von Gedanken nicht gerade begünstigt. Ich stellte eine Verbindung zwischen Geschwindigkeit und Denken her, und zwar eine negative. Das ist ein alter Topos des philosophischen Diskurses. Schon Platon Unterschied zwischen dem Philosophen, der Zeit hat, und den Leuten auf der Agora, auf dem öffentlichen Platz, die es eilig haben. Er behauptete in etwa, dass man nicht denken kann, wenn man es eilig hat. Das ist eine eindeutig aristokratische Einstellung. Es ist der Gesichtspunkt des Privilegierten, der Zeit hat und sein Privileg nicht allzu sehr infrage stellt. Aber hier ist nicht der Ort, diesen Aspekt zu diskutieren. Fest steht jedenfalls, dass es eine Verbindung zwischen Denken und Zeit gibt. Und eines der Hauptprobleme des Fernsehens ist die Frage der Beziehung zwischen Denken und Geschwindigkeit. Kann man denken, wenn man es eilig hat? Wenn das Fernsehen immer nur Denkern das Wort erteilt, die als besonders reaktionsschnell gelten, muss es sich mit Fast Thinkers abfinden, Denkern, die wie ein gewisser Westernheld schneller schießen als ihr Schatten. Es fragt sich, warum sie diesen ganzen besonderen Umständen gewachsen sind, warum sie es schaffen, unter Voraussetzungen zu denken, unter denen keiner außer ihnen denkt. Die Antwort liegt, scheint mir darin, dass sie in Gemeinplätzen denken. Gemeinplätze, von denen Flaubert in Beauvoir und Puchet berichtet, das sind banale, konventionelle Vorstellungen, wie alle sie haben. Es handelt sich aber auch um Vorstellungen, die jeder versteht, sodass das Problem ihres Verständnisses sich gar nicht erst stellt. Nun lautet jedoch die Grundfrage aller Kommunikation, sei es eine Rede, ein Buch oder eine Fernsehbotschaft, ob die Voraussetzungen des Verständnisses erfüllt sind. Verfügt der Hörer über den Code, mit dem er dekodieren kann, was ich sage? Wenn sie einen Gemeinplatz von sich geben, ist das Problem von vornherein gelöst. Die Kommunikation gelingt augenblicklich, weil sie in gewisser Hinsicht gar nicht stattfindet oder nur zum Scheinen. Der Austausch von Gemeinplätzen ist eine Kommunikation ohne anderen Inhalt als eben den der Kommunikation. Die Gemeinplätze, die im alltäglichen Gespräch eine enorme Rolle spielen, haben den Vorteil, dass jedermann sie aufnimmt und augenblicklich versteht. Aufgrund ihrer Banalität sind sie dem Sender wie dem Empfänger gemeinsam. Im Gegensatz dazu ist Denken von vornherein subversiv. Es muss damit beginnen, die Gemeinplätze zu demontieren und damit fortfahren, dass es demonstriert Beweise führt. Wenn Descartes von Beweisführung spricht, spricht er von langen Begründungsketten. Das braucht Zeit, eine ganze Reihe von Aussagen, die mit also folglich damit vorausgesetzt, dass und so weiter untereinander verkettet sind, muss aneinander gefügt werden. Diese Entfaltung denkenden Denkens ist unaufhebbar an Zeit gebunden. Wenn das Fernsehen bestimmte Fast-Thinkers bevorzugt, die geistiges Fast-Food anbieten, vorgekaute, vorgedachte geistige Nahrung, so liegt das nicht nur daran, dass man, was auch zur Unterwerfung unter dem Zeitdruck gehört, sein Adressbuch hat, in dem immer dieselben Namen stehen, zu Russland her oder Frau Y, zu Deutschland her X. Es gibt obligatorische Interviewpartner, die die Suche nach jemandem erübrigen, der vielleicht wirklich etwas zu sagen hätte. Das hieße oft, nach jungen noch unbekannten Leuten, die in ihrer Forschungsarbeit stecken und wenig dazu neigen, Medien zu frequentieren. Man müsste sie erst auftreiben, wo man doch die Medienhirsche bei der Hand hat, die stets disponibel und bereit sind, ihre schriftliche Stellungnahme abzusondern oder ihre Interviews zu geben. Es liegt auch daran, dass man, um unter Voraussetzungen zu denken, unter denen sonst keiner mehr denkt, Denker von einem ganz besonderen Schlage sein muss.